Jetzt treff schon! Du musst die letzte? Hä? Da! So, Nü? Nü? Ah! Banana! Das ging ja einfach. Also das ist auch so phänomenal. Manchmal ist das so granatenmäßig schwer. Und manchmal wie hier, wo man sich wirklich fragt, so, das war's? Oh, scheiß, wie komm ich jetzt hier wieder raus? Wo ist hier der Ausgang? Ja, jetzt mal ohne Quatsch, wo ist dieser verdammte Ausgang? Ich stand hier gerade eben auf irgendeiner Kiste. Wuhu! 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 Da nicht. Wuhu! 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 Da auch nicht. Naja, auf dieser Kiste stand ich nicht. Wuhu! Da hinten? Wuhu! 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 jetzt, ohne Quatsch, wie... Da. Oh, Gott sei Dank. Nein, in die falsche Richtung. Oh, Gott sei Dank. Sehr gut. Was haben wir da oben? Da hab ich doch auch irgendwas Blaues gesehen, oder nicht? Ah, super. Moment, aber... Was ist das? Hm! Ah, hier ist die 1. Cool. Wird ich auch mal vorher machen können. Ich hab mal den Johnchen noch hier. Da haben wir auch wieder ein Tor. Naja, es geht ja nur in dem Haupthaus. Ja, ja. Moment, da ist Tiny. Was haben wir hier? Oh. Hö, Hö. Was ist denn jetzt schon wieder gewesen? Raufeln. Äh, sehr schön. Ja, ist doch gut. Ah, Didi. Didilein. Eieiei. Was haben wir da? Ich ahne, da muss ich wahrscheinlich mit Didi oder so rein. Ah, wo ist jetzt... Moment. Da ist es. Hier sind auch schon wieder jede Menge Donkey-Bananen. Mann, sammeln. Das ist doch auch schon wieder ein neuer Raum hier. Hier war ich doch auch noch nicht. Ach, du liebe Zeit. Nimmt das denn hier jemals mal ein Ende? Was? Hallo? Mann, donkey. Warum? Na also, funktioniert doch. Okay, da ist ein Tor. Hat das geöffnet. Geopent. Oh, oh. Unverwundbar. Hm. Ah. Wo? Ach, da sind wir schon. Wo sind wir jetzt? Ich hätte... Oh, nein! Ich hätte mir, glaube ich, Dings holen sollen. Noch ein neues Leben. Wieso? Wieso ist hier eine Kiste? Ah! Cool! Banana? Noch... Ah! Cool! Da ist ja Banana! Und... Was? Banana! Das ist ja mal scheiße. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ist das hier ein Pferdestall, oder was? Da ist eine Leiter für hoch. Okay. Aber auch erst mal auf die Idee kommen, hier auf diese Kisten. Moment. Kann ich die eigentlich auch kaputt machen? Zerbrechlich? Nein, natürlich nicht. Moment. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Komm, in die Tränke mit dir. Wasch dir mal die Füße. Sehr schön. Leben wieder auffüllen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt hier lang. Ich sehe schon wieder nichts. Wie kriegt man diese Viecher da kaputt? Das würde mich echt interessieren. Okay. Kamera. Sehr schön. Moment. Dann probieren wir es nochmal. Ich weiß ja jetzt, wo die Leiter ist. Ja, doch. Was passiert? Da kommen die Dinger da... Ja, die Dinger kommen runter. Okay. Na, falsche Richtung. Kamera wieder. Scheiße hier. Komm, hepp, 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 Donkey. Schneller. Sehr schön. Kamera. Bitte mit mir spielen. Nicht gegen mich. Ja, Gott sei Dank. Auch wenn es nicht danach aussah, als wenn er die... Tonne... Nein! Nicht diesen Schicht im Schacht! Oh, nee. Meide die TNT-Loren. Um zu beschleunigen, drücke... Z, um abzubremsen, musst du grün. Und zum Rangieren... Drücken. Viel Glück. Zum Rangieren. Ach du Scheiße. Das hat hier was von Hugo. Oh nein. Oh nein. Das... Ach nee, doch. Oh Gott, sei Dank. Nicht drüber kommen. Nein! Nein! Okay, das ist wiederum was cooles, weil hier muss man taktisch ran gehen. Das finde ich wiederum cool. Ähm... Ähm... Komm, du gehst jetzt raus. Ja? Nein! Scheiße! Nacht! Wie blöd muss man sein. Wie blöd muss man sein. Da hätte ich einfach nur... Rüber. Komm, Schienen. Das ist doch eigentlich mein Ding hier. Ja, komm jetzt. Zacki, zacki. Oh nein. Oh nein. Ach nee. Freunde, ich glaube, ich werde das wieder schneiden. Willkommen zur Bordestage. Willkommen zur Bordestage. Einmal versuche ich noch. Ach! Okay, bis gleich. Okay. Ja. Tschau, tschau. Ziel erreicht. Ach, Donkey. Ja, klar. Jetzt kommt... Ja, genau. Wer hätte es gewesen, wenn er mich getroffen hätte? Ja. Honky-donk. Yeah. So, dann gehe ich direkt wieder hoch, weil es so schön ist da oben. Hm, äh, oh. Sert sich mal an. Kamera. Also, hätten wir das auch geschafft. Jetzt haben wir hier noch ein paar Böhmchen ein, aber ich glaube, ich habe gerade nicht auf die Zahl geguckt. Ja, wir sind eh voll ums Groben hin. Ah, da habe ich noch ein Geheimgefall. Ihr kriegt da. Eine kleine Fee. Habe ich befreit. Komm mal her. Oh, ich glaube, das war nix. Na, da... Warum bewegt sich das Vieh immer so schnell? Jetzt, komm doch mal her. Nein, zu früh. Wo ist das Vieh jetzt schon wieder hin? Hallo, würdest du mal herkommen? Okay, ich habe zwar nur Sterne gesehen, aber hey. Wir haben's. Wir bekommen den Segen der Bananen-Fee. Schön, schön, schön. So, äh, habe ich hier so irgendwo... Äh. Da hinten ist nix. Da ist nix. Ne. Habe ich nirgendwo mehr vergessen? Eine Kiste mit Fragezeichen. Die nehmen wir jetzt auch noch mit, weil wir eben hier sind. Und weil wir's können. Lassen uns nicht mehr treffen. Sehr schön, Donkey. Und Erfolg auf ganzer Linie, würde ich sagen. So, aber ich wollte vorne immer noch mit, ähm... Nö, Moment. Bevor ich da jetzt gleich wieder getroffen werde. Sind wir klüger? Und machen das so. So, was haben wir denn auf der eigenen Seite? Ein, die, die... Was? Moment, wer ist da drauf? Ist sogar die Dornen hier. Also, das ist ja Wahnsinn. Ne, das ist doch auch... Ja, das ist auch Donkey. Och, ich hab mein Ding... Ach, ja, Moment. Ja, ich ahne es. Weil die Kacke da... Ja, das ist so eine Dornenhecke, ne? Ja, ja. Wo er sich... nicht dran festhalten kann, stelle ich gerade fest. Ach, Donkey, meine Güte. Ey, wie blöd muss man sein als Affe? Ey, das kann doch nicht sein. Er kommt da nicht hoch. Ey, das kann doch nicht sein. Na also. Oh nein, ich kann doch hier... Nein! Vergess es. Ach, ich kann doch nicht schleichen. Das ist doch wieder die Scheiße. Und was kriege ich dann, wenn ich... Wenn ich... Wenn ich da einmal rumlaufe? Nur die Kristalle? Ne, da ist doch bestimmt irgendwas. Aber das ist auch schon wieder sowas. Weißt du... Wo... Wo... Was man alles im Kopf halten muss. Das ist einfach viel zu viel. Wieso hat der denn... Nein. Ich hatte gerade gedacht, weil der einen roten... roten Umbang hatte, dass die, die hier den... Aber... Blaupausen kriegen wohl... Äh... Nur bestimmte Gegner. Ach, das ist Tiny gewesen. Wo habe ich denn jetzt Didi gesagt? Ach, Didi war auf der anderen Seite, glaube ich, oder? Seht ihr, wie gesagt, das... Das meine ich. Es ist einfach viel zu viel, was dem Spieler hier... Gegeben wird. Moment, ne, das war Lenky. Scheiße, wo war denn... Wo geht die 1 überhaupt hin? Die geht doch auch wieder in die Haupthalle, oder? Ja, die geht in die Haupthalle. Aber wenigstens haben wir die jetzt auch mal aktiviert. Ich glaube, ich habe jetzt auch alle Plattformen hier aktiviert. Wo war jetzt? Da drüben bin ich gewesen. Ach, da ist... Oh, okay. Kommen wir aber nicht hin, weil... Nacht. Was haben wir hier hinten? Noch ein Tauschfass. Noch mehr. Ach, du Scheiße. Was ist das? Ach so, das Leben. Ja, brauche ich aber nicht. Ah, aber das ist gut. Naja, hier wollte ich zwar überhaupt nicht hin... Aber nun gut. Didi, sammelst du mal die Bananen ein? Danke. Komm, das machen wir noch und dann machen wir Schluss. Was auch immer das jetzt ist, ich sehe sowieso nichts. Ah, Squawksy. Ein Lampensquawks. Wie süß ist das denn? Ein Iggitz. Ein Lampensquawks. Oh, nein. Und das mit meiner Scheißsteuerung. Wann sind die Bananen? Das sind aber auch Bananen. Scheiße, ich muss in beide Richtungen. Das kann sich jetzt hier wirklich nur um... Stunden handeln. Nein, bitte nicht. Oh Gott, ne. Wenn die mich jetzt hier treffen, ne? Oh Gott, ich muss von den Balken... Das sah gerade so aus, als wenn ich... Oh, Didi. Gut gemacht. Von einem Balken zum anderen springen muss. Aber das ist nicht der Fall. Ich glaube, ich werde das hier vorspulen, Freunde. Oh, nein. Es ist... Oh, nein. Oh, noch wenigstens etwas. Scheiße. Oh, den ganzen Weg wieder zurück. Ja, ich habe sie. Oh, der Bananen... Wo? Moment. Habe ich dich. Mit ganz vielen Fledermäusen drauf. Oh, der Bananenfee. Bitte. So, jetzt lass mich kicken. Wow. Es geht tatsächlich. Nein, oh, Didi. Sehr gut. Das war gerade der Sprung meines Lebens. Didi, ich sehe... Ach, Didi. Squats, ich sehe nichts. Okay, hier geht es. Aber wieder runter. Und dann habe ich alle... Dreh dich nach rechts. Dreh dich nach rechts. Sehr gut. Und jetzt greift die die Bananen. Yes, Baby. Und raus. Oh, oh. Alles egal. Ich habe ja alles... Oh, nein. Sag mir jetzt nicht. Ich habe doch alles, oder? Ich habe gedacht, dann komme ich einfach nur wieder zurück. Nee. Alles weg. Oh, Gott sei Dank. Dann nix wie raus hier. Tschüss, Lampensquarks. Dankeschön. War nett von dir. Tschüss. Mach's gut. So, Freunde. Dann will ich mal an dieser Stelle... Aber nein, nicht an dieser Stelle. Ach, Didi, den muss man auch noch machen. Ja, ja. So, an dieser Stelle würde ich sagen, dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Dann mit noch mehr Action hier. Mitten in der Nacht. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Macht es gut. Bis dahin. NRW bei 18. Adieu.